Jemand greift die Wahrheit an. Nicht Ihre Wahrheit. Nicht meine Wahrheit. Die Wahrheit. Von der Dienstaufsichtsbehörde. Das, was hier geschehen ist, egal was es war, entscheidet darüber, ob Verurteilungen Bestand haben. Und ob sie wieder töten. Unser Lebenswerk ist in Gefahr. Sie haben entweder nicht richtig kontrolliert, oder sie waren an dem Fehlverhalten beteiligt. Wenn wir das Vertrauen in unsere Arbeit wiederherstellen wollen, ist die Wahrheit unerlässlich. Willkommen in 2021. So viele sorgfältige Kriminelle gibt's. Es gibt schon noch die üblichen Idioten. Was tun wir jetzt? Was wir immer tun, Jim. Beweise finden. Wie sieht's aus? Kann ich Sie überreden, wieder zum CSI zu kommen? Erst wenn du diesen Job schon länger machst, realisierst du, dass du ein Tier warst. Wenn du schreien willst, wohin gehst du da? Aber nach dem, was ich weiß, die Wissenschaft wird uns sagen, ob die Dinge so sind, wie sie scheinen. Eins steht fest. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Die Wahrheit kommt immer an Whis Rahm. Äh. Die Wahrheit kommt immerher. Vielen Dank.